So, ja, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Clash of Clans und ja, wir entleeren erst mal die ganzen Sachen, bevor noch mehr verloren geht, denn ich wurde erst mal angegriffen, das ist natürlich schon fürs Erste schlecht, ansonsten haben wir natürlich auch hier immer das Limit schnell erreicht, also man müsste öfter nachgucken. Und okay, hier scheint irgendwie so ein Halloween-Modus drin zu sein, vielleicht hängt das auch mit dem Elixir zusammen, was wir letztes Mal schon hatten, dass das so gefärbt ist, denn jetzt sind auch alle Lager so, letztes Mal war es ja nur eins und ja, mal sehen, wie es dann beim nächsten Mal wieder aussieht, ob das zurückgesetzt wird oder wie auch immer, dann wüssten wir, dass das von Halloween kommt. Und jedenfalls hier haben wir auch noch einen komischen Ballon, also das ist von dem Claren, aber das sieht trotzdem anders aus als letztes Mal gefühlt. Jedenfalls hier, diese Grabsteine sind ja immer besonders, die dürfte man nicht anklicken über Jahre, dann könnte man die auch behalten in der Form, wie sie aussehen. Da gab es teilweise Leute, ich weiß noch aus meiner Schulklasse, die hatten dann drei Jahre lang so ganz alte Steine noch rumstehen, die sie nicht angeklickt hatten die ganze Zeit. Also ja, das wäre auch interessant, aber naja, würde ich jetzt erst mal von absehen, wahrscheinlich werde ich die bald ernten, weil sonst gerät man unter einen viel zu großen Druck, dass man da nie ran darf und das ist halt auch blöd. Ja, achso, hier kann ich mir auch einen Schub geben über so einen Trank, den ich dafür ausgebe, aber keine Ahnung, wie das dann wieder im Detail funktioniert. Wir machen erst mal die Bäume weg, würde ich sagen und dann geht das ja alles besser. So, das da noch und das, genau. Ansonsten weiß ich jetzt auch gar nicht, was soll ich noch ansprechen? Also das ist natürlich eine Frage, ich hatte vorhin noch irgendwas, in der Clash Royale-Folge ging es ja um die ganze Thematik mit meinem Schlafrhythmus und so, was ich jetzt umgestellt habe und ja, mal sehen, wie es jetzt eben weitergeht, was das angeht. Aber auch mein Studium, da gibt es ja einige offene Fragen, wir haben ja zurzeit wie so eine Art Herbstferien, weil wir eigentlich gar nicht so viel Unterricht erst mal haben. Weißt du, da kommt man aus den langen Semesterferien, die ja diesmal echt auch für mich gefühlt sehr umfangreich waren und dann hat man gleich wieder Herbstferien. Und dann ist bald auch noch Projektwoche, obwohl in der Projektwoche wahrscheinlich wir sogar öfter anwesend sein müssen als sonst, denn wir müssen ja viel auch selber in Eigenverantwortung lösen zu Gruppenprojekte oder auch andere Aufgaben theoretisch, obwohl wir in dem einen Modul, da haben wir eine Aufgabe gestellt gekriegt, aber noch nicht mal die Aufgabenstellung. Also das ist ganz komisch, wir haben das Material, was wir bearbeiten sollen und lesen und so, aber eine Aufgabenstellung nicht, aber wir sollen das dann vorstellen, weißt du. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die drei Wochen Unterricht ersetzen soll. Die Dozentin ist nämlich für drei Wochen noch im Ausland und kann erst danach anfangen, deswegen sollen wir jetzt schon vorarbeiten, aber wenn wir nicht mal eine Aufgabenstellung haben, wie soll das dann funktionieren, weißt du. Und da denkt man sich auch, eigentlich müsste das ja übelst viel sein bei so viel Unterrichtsausfall, weil wir da nämlich sechs Stunden pro Woche haben, aber dann weißt du überhaupt nicht, wie du dich verhalten sollst, wenn du keine Aufgabe so richtig hast. Also ich meine, ich kann das lesen, schön und gut, aber was soll ich da drüber machen, also irgendwas vorstellen, stand da nur in der Aufgabenstellung. Und dann wurde aber verwiesen, dass nochmal eine extra Aufgabenstellung kommt und ja, da war nur vorher so allgemeines Geplänkel, dass wir dann Gruppen bilden und ganz viel zu organisieren ist und wir unbedingt da sein sollen, weißt du. Also, ja, ich weiß auch nicht, aber das soll irgendwie erst auch eine Stunde später anfangen an dem Tag, das ist auch interessant, also eigentlich steht im Stundenplan um zehn, aber da geht es erst um elf los. Ja, weiß ich nicht warum, vor allem macht er gerade die Mensa auf, warum können wir nicht um zehn anfangen, damit wir dann gleich eine Mittagspause haben. So machen wir es sonst immer. Ich meine, ich komme auch erst mal ohne Essen hin, aber es ist halt blöd, wenn wir dann vielleicht sonst mal eine Erstpause haben. Ich weiß ja nicht, wie das geregelt ist in dem Unterricht, ob das dann wirklich anderthalb Stunden erst mal geht oder ob das vielleicht sogar drei Stunden geht am Stück, das wäre ja blöd. Da hätten wir drei Stunden Unterricht und keine Mittagspause, überleg mal. Und dann macht nämlich die Mensa gerade wieder zu, 14 Uhr und dann stehst du da. Aber ich glaube, so ist das nie im Leben geregelt, nur manche andere Dozenten hatten sowas drauf, das weiß ich noch. Die meisten sind aber da korrekt und sagen, okay, ja, klar, Mittagspause halten wir ein. Wenn wir hier schon irgendwas zusammenlegen und das so durchziehen im Unterricht, weißt du, damit nach hinten raus vielleicht man eher fertig ist, aber wenn du dann keine Pause hast, ist halt scheiße. Aber der eine Dozent hat das immer so gemacht, ey, ich habe das nicht verstanden. Ja, da ging das um zwölf los und die Mensa hat bis 14 Uhr auf und der hat einfach durchgemacht bis 15 Uhr, weißt du. Und wir hatten nie die Gelegenheit, dann 13 Uhr 30, wie es eigentlich im Stundenplan vorgesehen ist, in die Mensa zu gehen, um noch zu essen. Weißt du, das machen ja auch viele so und manchmal hat man dann keine Zeit mehr noch vor um zwölf dann in die Mensa zu gehen, deswegen war das immer gut. Aber nö, das hat ja dann, war dem egal oder was. Oder man musste den immer wieder neu erinnern, das ist halt scheiße, wenn du jede Woche erst fragen musst, bitte, bitte dürfen wir eine Pause machen. Ich meine, da musst du es doch mal selber auch merken, oder? Dieses Durchmachen, vor allem in dem Unterricht, das war so langweilig auch. Da brauchtest du eine Pause? Ach, ich weiß nicht. Also ja, mal sehen, wie das mit dem Unterricht dieses Semester wird, wenn es dann wieder so viel auf einmal ist und mit der Projektwoche auch, wird dann nochmal mehr als jetzt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich die aktuelle Zeit einschätzen soll, ob ich mich darüber freuen soll eher, oder ob es vielleicht auch negative Seiten hat, weil man sich zu sehr daran gewöhnt, an dieses relativ Lockere oder, weißt du? Also da bräuchte man vielleicht auch mehr Routine im Studiumleben wieder, gerade weil ich ja auch das Gefühl habe, in letzter Zeit habe ich mir das viel zu sehr abgewöhnt. Das ganze letzte Jahr, wo ich jetzt an meiner Bachelorarbeit geschrieben habe und vorher im Praktikum noch war, im Freiwilligen, in verschiedenen ja auch, da habe ich mir den ganzen Lernen und Studien und Uni-Rhythmus abgewöhnt zu sehr und jetzt kommt man gar nicht wieder richtig rein in dem Semester, obwohl ich im Master jetzt offiziell bin und eigentlich dachte, naja klar, da muss ja mal wieder was gehen, aber jetzt haben wir auch erfahren, dass wir zum Beispiel den Dienstagsunterricht nur online haben, da haben wir gar nicht mehr in Präsenz, weil der Professor krank geschrieben ist sogar. Also das ist jetzt alles sehr, sehr komisch und nimmt andere Entwicklungen schon wieder an als gedacht. Also ja, der Professor ist halt bis Ende Dezember auf jeden Fall und vielleicht auch noch bis Ende Februar, also das ganze Semester wäre das dann krankgeschrieben. Das heißt, wir haben jetzt nur alles online und ja, ich weiß noch nicht, wie das weitergeht, ob das so funktioniert. Also ich denke schon, ich meine, in den Corona-Semestern muss das ja auch funktionieren, als es nur online ging. Ja, da hatten ja auch Masterstudiengänge gerade begonnen und waren in dem Projekt und so weiter und da hat es ja dann funktioniert grundsätzlich, aber trotzdem, ja, ich meine, gut, es hat auch Vorteile, klar. Also ich muss immer sagen, bei manchen Dozenten ist es online einfach angenehmer als bei anderen. So klassische Vorlesungen sind vielleicht in Präsenz besser, ja, und so Übungen, aber manche Seminare und so bestimmte Sachen, die habe ich dann auch lieber am PC, weißt du? Also, weil da ist der Unterricht, da bringt irgendwie nichts in Präsenz, weißt du, da sitzt du dann eh nur da und dann teilweise auch Stunden und ja, so, ich weiß nicht. Also kommt doch mal echt drauf an, da bin ich auch gespaltener Ansicht und naja, ich meine, es ist jetzt eine gute Möglichkeit, wenn das Online-System nicht vorhanden wäre und nicht möglich wäre, dann hätten wir einfach das ganze Semester gar nichts und es müsste irgendwie verschoben werden, das wäre ja auch blöd, weil ich wollte jetzt schon dieses Semester was weghaben und nicht dann alles nochmal verschieben und wieder wird alles komisch. Also deswegen bin ich da jetzt erstmal froh, aber naja, was machen wir jetzt noch? Mauern, ja, Bogenschützenkönigin könnte ich machen, ah, für 52.000 Elixier, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, gell? Ja, komm, machen wir es einfach, da haben wir es investiert, weil sonst wären wir hier nur wieder angegriffen, wie vorhin, ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwo steht, ja genau, vor 56 Tagen einmal und hier vor 13 Tagen, vor allem, das war kurz nach der Aufnahme, weißt du, wahrscheinlich nachher, wenn ich weg bin, dann greifen die mich wieder an. So, und hier, ja, halt, ganz schön viel geklaut, also, das ist dann immer ärgerlich, deswegen will ich auch gar nicht das einsammeln, weil das dann direkt wieder rausgeht aus dem Lager. Ach so, wir sind schon mal bei 10 Minuten gleich, ey, letztes Mal ging die Folge auch schon wieder länger, aber naja, ist mir jetzt egal, da ist es eben so. So, ich will auch noch natürlich unten in der anderen Base was verbessern, das machen wir schnell, würde ich sagen, und, ja, hier, das Elixier heben wir uns auf, da müssen wir nicht unbedingt forschen. So, gehen wir hier hin, äh, was machen die? Kanone, können wir machen, warum nicht, wenn auch es nur 8 Stunden geht und Stoßfalle, oh, jetzt habe ich die gedreht aus Versehen, 4 Stunden, na gut. Wie lange geht der Urnturmschub noch? Ähm, wo steht's? 15 Minuten, ja, kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele Stunden das in wirklich noch sind, aber, ja, das lasse ich an der Stelle. Äh, können wir hier noch was irgendwie ausbilden oder so? Wo war denn das? Ah, hier oben. Ähm, Bombenwerfer? Ja, können wir machen. Geht ganz schön schnell runter, ist man gar nicht so gewohnt, aber ja, zwei Tage, das lohnt sich dann schon eher, äh, wenn ich jetzt so lange weg bin wieder. Na gut, dann haben wir das erstmal geklärt grundsätzlich, oben muss ich eigentlich auch mal das aufräumen, das ist aber noch die Standorteinstellung. Ja, aber komme ich irgendwie nie zu. Egal, jetzt sind wir schon bei 11 Minuten, ey, ohne Witz. Es wird ja immer länger jedes Mal. Okay, dann aber wirklich Tschüss an der Stelle und das Thema haben wir heute endlich auch mal ausgereizt, das muss man sagen. Da bin ich ja wenigstens froh, dass ich hier mal einigermaßen alles unterbringen konnte. Und vielleicht reden wir in Retro nochmal weiter drüber. Genau, in dem Sinne, Tschüss. Tschüss.